Der SmartMarker ermöglicht es Ihnen, alles, was Sie im Unterricht an die Tafel schreiben, zu speichern. Um den SmartMarker zu verwenden, schalten Sie den Lektorenrechner ein und loggen Sie sich als FH-User ein. Der SmartMarker befindet sich auf dem Lektorenschreibtisch. Nehmen Sie ihn aus der Ladestation und schalten Sie ihn ein. Bringen Sie ihn mit dem Einschaltknopf nach oben am mittleren oberen Rand der Tafel an. Starten Sie nun die Equalnode-Software. Die Verknüpfung hierfür befindet sich auf dem Desktop. Beim Starten der Software verbindet sich der Computer automatisch kabellos mit dem SmartMarker. Wenn Sie nun den Stift aus der Ladestation nehmen und an der Tafel unterhalb des SmartMarkers schreiben, werden alle Ihre Striche von der Software erfasst. Mit Hilfe des Schwammes können Sie Ihre Striche nicht nur auf der Tafel, sondern auch in der digitalen Aufzeichnung wieder weglöschen. Im Gegensatz zum SmartMarker und zum Stift ist der Schwamm nicht Akku, sondern Batterie betrieben. Sollte er nicht funktionieren, könnte es also sein, dass einfach die Batterie gewechselt werden muss. Für den Notfall ist auch ein Schwammaufsatz für den Stift vorhanden, welcher dieselbe Funktion erfüllt. Wenn Sie eine neue Seite beginnen möchten, drücken Sie auf den runden Knopf inmitten des SmartMarkers. Die Software beginnt nun eine neue Seite. Alle aktuellen Striche sind nicht mehr zu sehen. Löschen Sie sie einfach weg. Sie können mit dem Stift in verschiedenen Farben schreiben. Die Farbe lässt sich wechseln, indem Sie die Rückseite des Stiftes öffnen, den farbigen Ring herausnehmen und durch einen anderen ersetzen. Achten Sie darauf, den Ring mit den Pins an der richtigen Stelle anzubringen. Lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass die aufgezeichneten Striche jetzt eine andere Farbe haben, wie jene an der Tafel. Am Ende der Unterrichtseinheit können Sie alle geschriebenen Seiten speichern. Dies ist als PDF, JPEG oder in anderen Grafikformaten möglich. So können Sie den Studierenden den Inhalt des Unterrichts als Skriptum zur Verfügung stellen. Bevor Sie den Raum verlassen, schalten Sie den SmartMarker aus und legen Sie ihn, gemeinsam mit dem Stift, zurück in die Ladestation. Geheimmen Bevor Sie den Berg von der Treppe